Als ich heute dort war, wurde mir klar, wie wichtig Religion für Moral und Anstand in der Familie ist. Und genau das hat dieser Familie in letzter Zeit gefehlt. Ganz besonders dir, Mac. Mac, was ist denn mit dir passiert? Sie kann dir nicht antworten. Sie kann nicht mal sprechen. Seit sie angefangen hat zu kiffen, hängt sie nur noch ziemlich abgeschlafft darum. Ist wirklich tragisch. Und auch ein bisschen witzig. Oh mein Gott, ich glaube, ich komme auf dem Passivkiffer drin. Jetzt bin ich auch am...